...abhaltung der Wagen, aber auch zur Amtseinführung des neuen Präsidenten. Und dies war wichtig, dass dies nach der Entscheidung des unabhängigen Gerichtes erfolgt ist. Zimbabwe hat die Wahl, die parlamentarische Wahl und die Wahl für den neuen Präsidenten gespielt. Und dies war ein historischer Moment. Wir begratieren Sie auf diese Wahl und auf die inauguration des neuen Präsidenten. Es war sehr wichtig, dass diese inauguration stattfindet, folgenden die Entscheidung des unabhängigen Gerichtes. An besonderer Bedeutung ist die Ankündigung des Präsidenten, politische Reformen umzusetzen, die Rechte der Opposition und die Unabhängigkeit der Gerichte zur Basis der Politik zu machen. Und um mit seinen Worten das zu sagen, einen Neubeginn im Frieden und in Zusammenarbeit auch mit den Vertretern der Opposition und der Zivilgesellschaft voranzugehen. Jetzt ist es besonders wichtig, dass der Präsident anruft, dass er politische Reformen implementiert würde. Und dass die Rechte der Opposition und die Unabhängigkeit der Gerichte die Übel nach dem Januar legalisiert wird. Was wünscht sich das mit der Mischung eigentlich im Frieden und der Gäbin im Frieden,